Der hat gleich aufzudampfen, Tyga. Mach da mal was drüber. Du Wichser! Let's head out, let's head out! Ey, pass auf, da ist ein Bull. Ja, das war so dumm. Sorry, sorry. Ich bin ehrlich, ich habe nicht gesehen, dass ihr das seid. Ich komme ein bisschen näher. Hör auf! Du kleine Missgebote. Da Bicke und Ivan. Wohin schlägst du? Oder wohin? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Scheiße, ich bin sorry, ich bin ehrlich, ich habe nicht gesehen, dass ihr das seid. Ey, was macht das für ein Unterschied? Ja genau, was macht das für ein Unterschied? Kann ich jetzt nicht anlügen? Wenn es nicht mehr werden, wäre er nicht überholt. Alter, ziehen sie den Raum? Ich bin ehrlich, bin ich doppelte Linie. Ich weiß ja nicht. Ich bin ehrlich, wir tun einfach so, weil ich so ehrlich war. Ich reihe mich jetzt hinter ihnen ein und wir fangen ganz normal weiter. Den hier vor mir, vor mir. Okay, dann vor ihnen. Aber bitte haltet es mich nicht an. Okay, machen wir es doch. Du bist das größte Arsch, doch was es gibt. Geil. Natürlich. Von unfreundlicher Wichser. Wow. Ja, aber du sagst zu mir das. Schlecker! Aber bitte halten die mich nicht an. Ja. Das sieht dich jetzt aus mit Geldzahm. Aber bitte halt. Ey, das wäre so witzig, wenn ich das rausziehen würde. Aufgeben. Ich habe keinen Futterschein holen müssen. Ah, ah, ah. Tja. Pounce, Pounce. Haben wir noch 2 zu 1 Kuss? Ja, ja. Ja, ja. Sicher? Ja, ja. Ja, sicher. Ja. Boah, das hätte uns gefickt, wenn der jetzt gesunken wäre. Hätte ich dich gefickt. Uuuuuh. Du fickst niemanden. Ich hätte du geguckt. Fahr schnell weiter. Fahr schnell weiter. Ich will das nicht irgendwas ersagen. Ich schwirre da auch gut. Oh, von rechts kommt das Ekliges. Pass auf. Was hast du denn da für die riesen Stütze? Raubelpädie, Digga. Raubelpädie. Bruder, aber die sind schon ein bisschen dicker dafür. So ist nicht, Bruder. Aber ich nehme auch immer so richtig fette Brosche-Banz oder wie die heißen. Brosche-Banz. Hahahaha. Digga, hey. Digga, gut. Digga, scheiße, Volk. Hahahaha. Hahahaha. Von dem Auto da, von dem Ding. Mach zu, ich mach zu, ich mach zu. Hey, die Tür war offen, ne? Ich hab die zugemacht. Ich hab so cool. Hey, danke, danke, danke. Oh, nicht so viel. Wie kannst du euch weiterhelfen? Ah, wir müssen mal hier mit unserem Kollegen reden. Euer Kollege? Na, Bro, das ist unser Kollege. Das ist okay. Das ist ja witzig. Das ist unser Kollege. Wirklich, er zu uns sagt, der ist unser Kollege. Okay, komm, wir fragen ihn mal. Komm mal mit. Komm, lass ihn fragen. Komm mal mit, frag ihn mal bitte. Franklin, klär mal die Sache für uns. Frag ihn mal bitte. Lass sie mal durch, Jungs. Komm, komm her, Lady. Franklin, klär das mal, frag sie mal. Asshole. Ach so, gehört Asshole. Er ist unser Homie. Hat sich geklärt, wa? Mhm. Hat sich geklärt, ich bin schuldig, was haut rein. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.